Und damit herzlich willkommen zurück in GTA 5, nachdem wir Mr. K. gefoltert haben. Ist das nicht toll? Boah, die Mission finde ich so heftig. Ich würde gerne mit dem Flugzeug fliegen. Lauf mal durch, danke schön, danke schön, danke schön. Wobei ich kriege dann so viele Sterne, dann kann das Ding nicht landen. Nee, dann fahre ich rüber. Boah, die Mission, ich brauche es echt nicht noch mal. Ein Kuhl von mir hatte ich gar kein Problem mit der Mission, ich fand der auch noch mega geil. Und bei mir ist das echt so, Grenze erreicht, weil es ist einfach was ganz anderes, als wenn ich irgendwelche Bullen oder Zivilisten auch abschieße. Es ist einfach, du bist viel näher dran. Das ist ja durch, hier auch. Der Betrag. So, jetzt mal schauen, wo es weitergeht und wie es weitergeht. Nachdem wir die Missionskette eigentlich, ja, wir haben die erste Freitun jetzt gefoltert, geschafft haben. Mal sehen, soviel ich weiß, hat Trevor jetzt auch noch irgendeinen Kuh, den er irgendwie landen muss. Oder Bill im Haus und seinem Cousin, bzw. in dem Apartment, wie es ja eigentlich der Freundin gehört. Die ihn tatsächlich, glaube ich, nicht so wirklich liebt. Ne, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ah. Ähm. Nun müssen wir lang, hier lang, links rum. Warte mal schauen, was ist jetzt auf uns wartet. Hey da, hallo. Na ja, mal nach oben stolzieren. Hey, 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 hey. Und Trevor ist... Trevor? Trevor ist a... Trevor ist a what? Trevor ist a good guy. Oh, scheiße. Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they, when they look at it. Oh, show me. Show me, boy. I, 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 I don't want to. Oh, shit. Oh, scheiße. Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. Alright? Now. Oh, scheiße, das ist immer noch die kakstreifen in dem Arsch. Oh, fuck. Yes. Look at me. Can you just... Put your Johnson away, sir? No, nein. Yes, I work at the docks. And? Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly... Rightly, no. What kind of person are you? Oh, I'm in that kind of person, Floyd. I am in that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there, to put these on. We are going for a ride. Oh, shit. Gentlemen, the gateway to America always. Himbeermus. We are going for a ride. We are going for a ride. We are going for a ride. I need one point to help plan things. I got it, team. And I really miss you. Okay, let's get it. Okay, let's get it, Jungs. Bitte gut anschnallen. Begiblich zu Pier 400 in den frühen Morgenstunden. Na immer. Fliegen wir ein bisschen durch die Gegend. Come on then, Floyd, what have you got for me? Like I said, I don't rightly know what we got. You're going to have to be more exact in your question, sir. Ah, scheiße. Haha. We are looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. Boy, golly, golly, golly. Sticking a mug. Look, sir, please, just tell me what you won't and I'll do my utmost to assist you in finding it. Hier ist das Problem. Ich weiß nicht was ich will. Es ist ein bisschen wie eine Pornografie oder eine Perfektur. Ich kann es nicht ganz beschreiben, aber ich will es wissen, wenn ich es sehe. Du bist nicht in meine Beziehung. Okay, okay. Aber wie ist das? 236 Milliarden Dollar von Cargo kam durch die Porte von Los Santos letztes Jahr. Er ist wirklich gut mit Nummern. Ich weiß nicht, dass ich ein Pornografie mit einem Pornografie habe. Du musst uns die Inhalte über was kommt. Wir wissen nicht was in den Containern. Sie haben sicherlich keine Preis auf sie. Ich habe nicht gesehen. Was? 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 Na, da sind alle diese Meriwether-Folgen? Meriwether Security Consulting. Private Army zu der New World Order? Meine Barschung! Die Leute, die Auslösung, die Schweren in 20 Ländern in der Welt und vor allem der Welt, und vor allem zu verbreiten, um auf die US-Folgen? Das, ähm, so wie sie. Also, es gibt eine Militie in der Porte. Was sind sie schützen? Diese einen Pornografie? Ich denke, jetzt, dass du es sagst. Es ist nicht recht. Pornografie. Perfekt. Kann ich auf Bord? Nein! Nein! Sie werden dich nicht an einem Ort zu lassen. Sie sind ein paar Arschlösen, eigentlich. Der andere Tag, mein Freund, Ralph? Ich weiß nicht! About Ralph! Wir müssen uns schauen, ist es noch etwas anderes? Go parken und den Dispatch! Ja, gut gemacht! Go parken und den Dispatch! Hier kommt die Stütte. Ich muss in die Check-In. Morgen! Oh, Alter Scheiß. Voll gefloid. Die Helikopter kommen in und aus hier? Die große Skye-Crane Sachen, die ein ganzes Container zu holen? Das ist ein restriktiertes Raum. Sie werden nichts aus hier ohne Clearanz. Sie schießen es, wenn sie zu. Wie soll ein Mann in eine Runde kommen in und aus diesem Ort? Wir haben eine Porte, die 50 m. Was ist die Coast Guard? Sie haben Cutters, 45-Foot-Response Vessel, Air Support. Sie werden nicht mehr so schnell gehen. Es ist, wenn Sie etwas tragen. Vielleicht werde ich dich auf dem Merriam-Turner fahren. Ich habe nur gesagt, sie haben die Wasserfläche richtig verletzt. Okay. Das ist das Freighter, was ich dir gesagt habe. Was denken Sie? Wir haben nur einen Stevedort. Wir wissen nicht, was in die Container sind. Aber? Aber diese sind die Militärer. Die Regierung. Was ist das? Die Regierung ist eine heiße Freight. Wenn man auf geht, geht es direkt nach. Das ist nur hier drin. Du bist meine... ...kiriosität. Da oben. 2 Uhr. Es sieht, dass Forrest auf die falsche Seite ist, mit einigen Merriweather-Güssen. Oh, shit. Ach, komm mit drauf. Gut, hör mir aus. Wenn es sein muss, mache ich halt meinen Job. Ohne Bezahlung. Beschwerde bei der Gewerkschaft. Ich hab ihn. Bring die markierten Container zum Ladebereich. Okay. Wir sind schon deutlich langsamer mit dem Container. Ich weiß, warum sie sie Handler nennen. Weil sie handeln wie ein Traum. Das ist kein Toil, Sir. Es ist heavy Maschinerie. Danke, fuck. Ich bin Heisekeiter. Du solltest nicht operieren in diesem Ding. Was? Scheiße. Hehehe. Hehehe. He. Ja, ich meine... Ähm... Dann nochmal... ... passieren. Passion. Wie würde ich das Ding überlaufen? Ich dachte, du wolltest den Ort auf dem Ort. Wir haben die Container nicht bekommen. Wir haben die Container nicht. Ich bin nervös. Du bist immer nervös. Riechst. Nicht immer, Sir. Ich bin nur bei dir. Und es ist nur... ... Cousin Wade zu sein. Er besser hält es zusammen. Steig mit der Geschichte. Er wird gut. Der Mann auf der Waste-Clerenz-Crobe. Es sind die Container. Bay B. Hab ihn. Das ist es. Jetzt müssen wir ihn nach Bay M. Ich weiß, warum sie sie Handler nennen. Weil sie Handeln wie ein Traum. Das ist kein Spiel, Sir. Oh, Scheiße. Der hat die Fasste überfahren, Alter. Und abladen. Nummer eins. Das bedeutet, gleich geht's auf den Kran hoch. Ach, der will doch eh kein Schwein den Job hier. Container durch die Gegend fahren. Und die Toiletten auch sauber machen hier. Und absetzen. Erledigt. Wenn mein Arbeit hier ist, dann gehe ich auf die Gantry. Begib dich zum Kran. Mit Fahrzeug? Nö, ich muss nicht. Ich kann auch laufen. Okay. Bin ich schneller. Einfach mal das Fahrzeug stehen lassen. Das passt schon. So. Was haben wir für ein Problem? Das hat sich mal chillen. Unglaublich. Na komm. Komm, Trauer. Leiter hoch. So. So ist es fein. Geil. Jetzt müssen wir ein Kran fahren. Und ab geht's. Ja, 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 ja. Entspann dich mal. Wir haben es doch gleich. Na, 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 na. Äh, ja, ja, ja. Wird schon gemacht. Immer mit der Ruhe. Erledigt. Ab gehts! Immer mit der Ruhe, Mann. Oh, man kann sogar drüber raushauen. Schau mal einen an. Habe ihn! Und ab gehts! Da oben ist er sicher. Und auch vor Verschütterungen geschützt. Ich bin ein guter Clan-Fahrer. Es soll das hauptberuflich machen, habe ich so das Gefühl. Und da sind wir auch schon wieder. Okay, erledigt. Okay, erledigt. Für die Jungs. Für Floyd. Und für Ron. Und meinen beiden Jungs. Der eine ist 6, der andere ist 8. Ich liebe sie. Von ganzem Herzen. Scheiß auf. Fotografieren im Bug des Schiffs. Zack. Fotografieren der Wache. Zack. Fotografieren das Heck des Schiffs. Fotos. Fotos senden. Ron, 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 Ron. Da haben wir ihn. Fotos gesendet. Fotos erhalten, Chef. Ich grab was aus und melde mich wieder, sobald ich was gefunden habe. Ron. Okay. Wir sollen runter. Ohne zu sterben. Also denn, hier sind wir hergekommen. Oh, scheiße. Ich würde da so eine Panik... Nein! Nimm doch halt einfach die Leiter. Meine Fresse. Ich würde da so die Panik kriegen, wenn ich da so entlang laufen müsste. Ich habe ja Höhenangst. Zumindest etwas. In solchen Passagen hätte ich auf jeden Fall welche. Das dürfte reichen von der Höhe her. Und zack. Herzersprung. Trevor, willst du das Wache sehen? Komm schon. Wir können den großen Ring benutzen. Oh, wir fahren. Okay. Also nicht meinen LKW-Führerschein. Aber ich brauche Übungsstunden. Bisschen Stadtfahrten hier. Es ist vorbei auf dem anderen Dock. Also, sie haben einen von diesen Dreidocken gelegt. Wir können es mal schauen, aber niemand kann es dort umgehen. Normale Regeln nicht an uns, Floyd. Wir gehen in. Ich weiß nicht. Das war knapp. Ich liebe Debra. Wenn sie dich liebte, wäre sie hier, würde sie nicht sein. Aber sie ist nicht. Nein, ich bin nicht sicher. Du hast ein Geld in der Höhe. Was? Geld in der Höhe? Nein! Floyd! Es ist ein Geld in der Höhe. Zum Teil hat er ja tatsächlich recht. Einfach nur so einen Job jahrelang machen. Ohne Sinn und Zweck dahinter. Nichts, was man dahinter sieht. Mach dich auch nicht unbedingt auf die Frau oder so tief. Mach dich auch nicht unbedingt auf die Frau oder so tief. Oh, scheiße. Oh, fuck. Da schleiche ich mich mal ein bisschen vorbei. Okay. Welches Auto nehme ich mit in? Das sieht doch ganz gut aus. Na, Pick-Up. Finde ich cooler. Das ist American-Style. Ich hoffe, du merkst hier niemand. Wir runden auf den Stand. Diese Fotos. Du hast wirklich stammelt auf etwas. Das Schiff. Meriweather. Ja, 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 ja. Ich weiß. Tell me about das Schiff. Wenn wir einen Mann mit einer Gange auf der Brücke neben dem und einen Mann aufbordet haben, ich denke, wir haben eine gute Chance auf den Weg. Was es mir sieht, ist, dass es ein Container belowdeck. Sie schützen ihn für die Regierung. Sie schützen ihn aus den Büchern. Serious military technology, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ich habe gerade ein Manifest gefunden. Sie testen etwas aus dem See-It. Es muss das sein. Jetzt zurück in die Arbeit. Die TPI-Konglomerate ist nicht lebendig. Es ist nur ein Mann responsable. Natürlich. Ja. Aber ich werde wiederholen die Ente, die ich auf Meriweather auf dem gleichen Zeit habe. Ich habe hier ein Zeichen. Ha, 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 ha. Ja, ist das nicht schön. Ha, ha, ha. Alter Schwede, so ein Scheiß. Der tut mir ja schon leid, den wir jetzt gerade zurückgelassen haben. Ich habe nur keine Ahnung, wie er heißt. Ha, 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 ha. Scheiß. Ach, kacke. Lass mich durch. Ich habe es eilig. Was, eat me? Na, ich weiß ja nicht. Ich musste nicht unbedingt gegessen haben. Also, da haben wir wohl irgendwas mit Meriweather momentan, ne? Das kenne ich ja aus dem Online-Modus vor allen Dingen. Da ruf ich es hier relativ oft an. Private, da nennen wir sie Schutzeinheit. Militäreinheit. Keine Ahnung, sowas in die Richtung. Relativ derbe. Ähm. Man sehen, was wir daraus suchen können. An Kohle. An Zeug. Vielleicht Waffen. Atombomben. Haha. Ich werde nachher mal nachschauen, ob es auch hier im Offline-Modus schon diesen Jet gibt. Das kann ich auch direkt jetzt machen. Reisen und Transport. Ähm. Warstock. Senkrecht-Starter. Ne, kein Senkrecht. Ah, ist kein Senkrecht. Verarsch mich doch. Vielleicht habe ich ihn auch schon. Man muss ihn nicht kaufen. Man kann ihn nicht kaufen. So wie viele andere Autos. Man braucht einfach die Garage dazu. Das werde ich wohl nachher herausfinden. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Verrückt doch nochmal. Das ist die normale Art und Weise, wie ich Auto fahre. Okay. Einmal auf nach oben. Und uns nen Plan zusammen tüfteln. Oh, shit. Oh, fuck. Scheiße. Im wahrsten Sinne ist Wattes. Ich bin jetzt für ehrliches Arbeit. Ja, ja, ja. Du hast was du gebrast? Ja, ja, ja. Ich muss nur, äh, einen Ort zu planen. Na. Das wird es. Diese Frau ist nicht gut. Keine Person versteht warum Floyd sie benutzt ihn so. Das ist, äh, low self esteem, Wade. We gotta build them back up. Now. Sieht perfekter aus. Ja. Kann man's sagen. Okay. All right. So, based on my observations, I'd say these Meriwether security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out for them with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the cargo? Alright, so, what do you think? Containers ship or whatever is offshore? Also, ähm, lass mal überlegen, äh, Frachter, da lasse ich den ganzen Frachtort untergehen. Das will ich jetzt nicht unbedingt. Hochsee hört sich ganz gut an. Ist auch ein bisschen Action geladener, glaube ich. Mach mal Hochsee. Offshore. Deepsea adventure. Gotta be. Joa, das bestätige ich so. Ewan Floyd can help. And we'll bring along Michael and his unpaid in. Franklin. Okay, alright. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores. And I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, alright? And you vouched for us, alright? Look at him, man! Smell him! Smell him! Trevor, Trevor, I... You're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You're damaged Deborah. Look, my lady and my union. That's all I got. So why don't we just... Why don't we just let this all slide? Huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, alright? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Oh, scheiße. Wie immer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Funktioniert nicht mehr mit der Scheiß wieder. Ah, so viel Bullshit hier. Wo ist Mr. Himbeermuse? Ich brauch Spaß! Auskundschaften des Hafens. 88% Missionszeit. Ja, aber gut, war gleich. Hab zwischendurch noch was nachgestellt. Ja. You're getting wet, Lloyd. Take your pants off. Ha, 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 ha. Ah, Trevor. Hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in L.S. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Ha, ha. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, you bet it's okay. Listen, I gotta do a little prep work, but so far it's looking pretty tasty. I'll need you to bring along that kid you been hanging with. Franklin. Oh, yeah. Oh, and how's your flying? You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me? You'll regret it if you don't. Gonna be just like old times, pal. Just like old times. Wie in alten Zeiten. Um den Raubüberfall vorzubereiten, gehe als Michael in die Flugschule. Später. Und später heißt nächste Folge. Bis dahin. Ciao.